Das Abo da und Appetit, das sind Leute, heute ist es für Sie, WUNTERFORM! Ja, hallo Freunde, hier ist euer Christian und herzlich willkommen live. Heute Pia, ja, heute ist sie dran und ich sage Piu, Pia, ja, so Pia, ich denke, du bist ein nettes Mädel und ich sage so, dass du weißt, warum ich dich mag und du bist ein Superstar, Apportiert und ich fange mal mit dem Thema an und ich muss leider so, dass ich ein Problem habe, ich sage so, Pia, du bist ein nettes Mädel und Kollege von mir und ich bin mein und ich sage so, die hört nicht hin, mach mal dein Ding, fertig und fertig und so, und das ist meine Meinung und das ihr auch mal weiß, warum Pia ist ein nettes Mädel und dann passt das und fertig, Schluss, gerade und der Spiel Räufer. So, Moment, ähm, Farbe Räufer, Rot. Ja, und ich versuche, ich denke, dafür, ja, Pia, ich versuche, dass du nette, nette Mädel bist. Ja, aber, ja, alle wurden geschrieben worden, aber, ja, und jetzt will ich sagen, Pia, ich sage so, ich mag dich, ich mag dich wirklich, ja, und das will ich euch sagen, euch, ja, ja, und ich sage so, Pia, dein, äh, ja, ich sage so, Pia, ich bin für, äh, du mein, weil, äh, viele andere, was, äh, und, äh, und, äh, und, äh, der Krebskugel ja nicht mehr Farbe, äh, die Falkschule, ähm, äh, ich habe dann überall schon noch Krebskugel, ja, und ich war so, dass, und ich war, äh, Rache ist süß bei, äh, ja, und ich war so, Pia, und ich war so, so, ich denke, was du denkst, ja, also, hat es wirklich mal, wenn ein Spieler, äh, äh, mal, äh, Drachlaut Spiel ausprobiert, aber ich sagte, schulde Drachlaut, ich will nicht, so, aber das, die, äh, äh, nicht, äh, ungefähr, halt, äh, ich, den, du, und ich, äh, und viele andere Zuschauer, äh, äh, hat auch mal gesagt, äh, doch, aber das Problem, bist du selber. Und ich will es so sagen, ich, äh, ich denk, du, und, äh, viel Zuschauer, äh, im, äh, und ich zählte euch, äh, blase, äh, ich sag euch, das, äh, Pia, ein nettes Mädel ist, und das meinen, äh, viele andere Leute auch, aber, Pia, ich sag so, dein Bart, musst du mal ändern, oder, äh, ich sag so, ich mach jetzt zwei Tage Urlaub, oder mach ich, äh, Weihnachtsböffel, das ist mein Wort, aber ich sag so, Leute, das, äh, ich denk, ähm, ähm, das, äh, wenn ihr mal, auch mal denkt, oder ihr macht, äh, Pia, ich sag so, du bist ein nettes, nettes Mädel. Und ich sag so, dass ich fach. So, danke, fürs Zuschauen, euer Klipsack.